Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klembaustein-Lyrik und herzlich Willkommen in London, naja, zumindest bei der Skyline davon. Das ist nämlich hier 2017 endlich auch bei uns auf dem Festland quasi erschienen. In London selber gab es das Ganze ja schon zur Eröffnung des Megastores von Lego dort schon Ende des Jahres 2016. Aber jetzt können wir es aufbauen. Für nämlich 39,99 gibt es hier 468 Teile, was ein Steinepreis von 8,4 Cent bedeutet, was so der typische Preis eigentlich im Bereich der Architecture-Serie ist. Und was wir da rausholen, sind natürlich die entsprechenden Steine in den typischen Farben, Grau, Braun, Schwarz und dazu dann noch ein paar weiße Stangen. Nur für die sind, ja, man kann es schon fast erahnen, allen anderen verrate ich es natürlich dann in wenigen Minuten. Und dann natürlich in der formschönen schwarzen Packung auch wieder ein formschönes schwarzes Häftchen mit Anleitung in Englisch. Wenn man es auf Deutsch haben will, muss man dann auf der entsprechend angegebenen Seite es dann runterladen. Ja, und wenn man es dann so nach einer, ja, dreiviertel Stunde, Stunde gebaut hat, dann sieht das Ganze so aus. Und wir gehen mal die Gebäude einzeln durch, weil das ist zwar die Skyline, aber jedes einzelne Gebäude für sich hat natürlich schon seinen eigenen Reiz. Wobei auch hier ist wieder laut Angabe von Lego so ist, dass die Größenverhältnisse hinkommen sollen. Hm, nun bin ich mir bei dem Turm, also da entspricht dem Big Ben und den beiden Türmen von der Tower Bridge. Irgendwie hätte ich gedacht, das wäre anders. Aber gut, wenn Lego das so behauptet, dann wird es schon irgendwie stimmen. Vorne steht übrigens London und das, was wir als erstes hier sehen, das ist die National Gallery. Und das ist dieses kleine Gebäude da hinten mit dem Türmschen obendrauf und davor ein bisschen Wasser. Das ist hier angedeutet mit zwei hellblauen Lego-Steinchen. Und wir sehen auch hier die Säulen, die bei dem Gebäude genauso sind wie beim Original. Und dazu dann auch diese schiefe vordere, obere, was hier durch diese geriffelten Teile dann angedeutet ist. Da sehen wir schon und die Kuppel eben ist hier aus einem Teil mit einem kleinen weißen Teilchen mit einem Loch drin. Dann haben wir auch noch eine kleine Spitze drauf. Jo, schick. Wenn wir gerade mit den Augen sowieso in der Ecke sind, dann gucken wir uns natürlich auch nochmal die Nelson-Säule an. Das ist nämlich die Säule davor. Die steht im Original am Trafalgar Square. Hat auch mit Trafalgar was zu tun, denn der gute Admiral Nelson, der war bei der Schlacht von Trafalgar in 1805 auch entsprechend beteiligt. Die Statue im Original ist 5,5 Meter hoch. Hier ist sie deutlich kleiner. Das ist diese Mikrofigur, die da oben in weiß drauf steht. Und das, was da drunter ist, ist im Original 46 Meter hoch. Jo, ist ein Granitsockel. Granit ist hier eben weiß. Und davor unten am Fuß, diese Bögen, das sind wahrscheinlich sozusagen sehr abstrakt die Löwen, die ja um diese Säule platziert sind. Jetzt Big Ben, das kennt ja wohl nun jeder. In Wirklichkeit heißt das Ding ja gar nicht Big Ben, sondern es ist der Elizabeth Tower. Macht aber nichts. Er zeigt hier trotzdem die Uhrzeit an. Allerdings nur zweimal am Tag die richtige. Weil das ist natürlich drauf gedruckt. Das ist kein Aufkleber, das ist drauf gedruckt. Und ansonsten, wenn man das Ding liebt, dann kann man es ja inzwischen auch in groß kaufen. Es ist aber eben auch nicht nur der Turm hier, sondern wir sehen hier auch noch ein bisschen was vom Rest des Elizabeth Towers. Da an der Seite ist jetzt nicht das Gesamtgebäude mit seinen ganzen Drumherum und sonst wie. Aber immerhin was Schönes Grünes davor, was wohl wahrscheinlich diese Bäume sind, die da ja recht prägnant stehen. Dann, apropos prägnant, ganz groß hier und eben auch im Original sehen wir hier das London Eye. Sprich also das Riesenrad, das es seit einigen Jahren ja inzwischen schon in London gibt. Wo man ja sich auch vorher anmelden muss, am besten von British Airways, glaube ich, das Ganze ja betrieben mit Check-In und so weiter. Also wenn man einen Flieger betritt, aber dafür schöner Blick. Lange Rede, kurzer Sinn. Da sind jetzt diese weißen Streben, die hier entsprechend gebogen sind. Mit der Mitte ist da ansonsten nichts verbunden. Das steckt unten drin. Dadurch wackelt es eben alles ein bisschen und ist teilweise nicht ganz rund. Man muss es dann schon so hinbiegen, dass es denn auch rundlich wirklich richtig wird. Und man muss auch sagen, die Leute in den Gondeln, irgendwann wird denen schon, glaube ich, irgendwie schlecht werden. Also, weil die drehen sich natürlich hier nicht mit, sondern sind jeweils rangeklackert. Und je nachdem, ob man oben oder unten sitzt, hat man es dann eben, also steht man auf dem Kopf oder nicht. Macht aber nichts. Ist natürlich auch hier nur angedeutet. So soll es sein. Aber es ist zumindest ein schönes London Eye. Und als letztes haben wir dann noch die Tower Bridge. Die sehen wir da. Hier sozusagen im Regen quasi rechts und links hier mit diesem hellblauen, was in dem Foto gar nicht so rauskommt, aber im Original ja auch ist, schön verziert. Und da drunter fährt gerade ein Schiff rein. Sprich, die Tower Bridge öffnet sich und dann geht ein Segelboot da gerade durch. Ansonsten, die Straße endet dann so im Niemandsweg beziehungsweise nirgendwo. Aber dafür ist es ja auch eine Skyline. Also da wollen wir jetzt hier sicherlich nicht, wie soll man es denn anders machen? So, also Türen sind offen, kann man theoretisch auch zumachen, nur dann sollte das Schiff da drunter weg. Jo, ansonsten schön gemacht. Also gerade dieses hellblaue mit auch hier diesen Verstrebungen, sprich hier diesen Halterungen an den Seiten, das finde ich schon, sieht schick aus. Also das haben sie gut hingekriegt. Um nicht zu sagen, eigentlich die gesamte Skyline, wie ich finde, sieht wirklich schick aus. Gerade für Leute, ich war jetzt schon öfter in London, also die London mögen, die werden hier, glaube ich, das Ding auf jeden Fall sich auf den Schreibtisch stellen. Für Kinder ist das natürlich wieder nichts, das ist eben dafür viel zu abstrakt. Aber für Erwachsene und Architecture-Sammler ist, glaube ich, dies hier mit eins der Highlights auch bisher in diesem Jahr, was die Skylines angeht. Da sehen wir dann noch ein paar Infos über die einzelnen Gebäude in der Anleitung. Die habe ich ja gerade eben zumindest teilweise schon gezeigt. Jo, und dann gibt es das Ganze mit Bauanleitung und wie üblich ja auch an verschiedenen Stellen mit kleinen Anekdötchen, die dann das Bauen verkürzen. Kann man eigentlich nicht sagen, aber wo man dann zumindest noch mal eine Kleinigkeit nachlesen kann. Auch hier fehlt entgegen übrigens dem, was auf der Beschreibungsseite steht, meines Erachtens wieder die Info über den Designer. Das war ja früher mal da drin. Nö, hier ist es eher wieder nur so Werbung für andere Sets und was so geht. Aber der Designer wird hier gefühlt wieder mal nicht genannt. Vielleicht habe ich was überlesen, aber nö, das scheint irgendwie jetzt inzwischen Standard zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Schönes Set. Also mir gefällt es. Ich entdecke da sozusagen London wieder. Es ist die richtig schönen Gebäude, alle klasse zu sehen. Das Bauen war auch hier wieder interessant, wenn man dann jeweils die einzelnen Gebäudeteile baut. Und sie fragten, was könnte das jetzt sein? Insbesondere eben das Landei. Das ist natürlich mit diesem Gebogenen schon wirklich spektakulär im Rahmen der Architecture-Möglichkeiten. Deswegen gibt es von mir auch acht Punkte hierfür. Spielt natürlich ein bisschen bei mir dann eben auch so ein London-Bonus da rein. Ich sage ja, ich liebe diese Stadt und den Brexit finde ich grauenvoll. Aber gut, mich fragt ja keiner. Bis zum nächsten Mal dann und tschüss.